Hallo liebe Schüler, heute geht es um Terme. Was ist ein Term überhaupt? Alles was ihr hier seht sind Terme. Wir haben also Zahlen, Variablen, Rechenzeichen, Klammern. Wir merken uns also, jede Zahl, jede Variable und jede sinnvolle Verknüpfung von Zahlen und Variablen mit Hilfe von Rechenzeichen und Klammern nennt man Term. Ja, sinnvoll muss die Verknüpfung sein, das heißt nicht sinnvoll wäre zum Beispiel, wenn nach dem Geteilpunkt noch ein Malpunkt wäre. Kommen wir zur Schreibweise von Termen. Im Normalfall schreibt man einen Term so hin. Das t ist der Termname, in Klammern steht die Variable, die im Term vorkommt, in unserem Fall das x und dann zum Beispiel 7 mal x. Die 7, die Zahl, ist der sogenannte Koeffizient, Zahlfaktor und x ist eben unsere Variable, unser Buchstabe. Wir sprechen das Ganze, Term von x ist gleich 7 mal x. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Term ist abhängig von x. Je nachdem, welche Zahl ich für x einsetze, erhalte ich ein anderes Ergebnis. Setze ich zum Beispiel für x2 ein, 7 mal 2 kommt als Termwert 14 raus. Setze ich für x4 ein, 7 mal 4 kommt als Wert 28 raus. Habe ich jetzt einen Term ohne Variable, zum Beispiel 1,5 ist ja auch ein Term, bleibt es immer bei 1,5, der ändert sich nichts am Wert. Das bedeutet, immer wenn eine Variable im Term vorkommt, kann sich am Termwert etwas ändern. Bis bald!